Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal kurz vor Weihnachten und wir starten durch hier mit Prison Architect, einem Spiel das mit Sicherheit der eine oder andere schon kennt. Ein Beispiel dafür wie erfolgreich Early Access sein kann, wenn man bedenkt, dass dieses Spiel im September 2012 in den Early Access gekommen ist und drei Jahre später im Oktober 2015 kam die Version 1.0. Tja, es gab über 30 Alpha-Versionen von diesem Spiel und ich habe es mir vor ein paar Monaten im Summer Sale, glaube ich, habe ich es mir mal geholt und habe mir auf die Fahne geschrieben, ich wollte es auf jeden Fall noch dieses Jahr spielen und ja, um dem gerecht zu werden, muss ich jetzt zwingend damit anfangen, nachdem mir so langsam aber sicher das Jahresende entgegen winkt. Und ja, das ist so viel zur Erklärung, ich habe ein bisschen Kampagne schon gespielt, drei von fünf und habe auch schon mal so einen ersten Versuch gemacht ins freie Spiel. Ich muss dazu sagen, ich bin kein wirklich großer Könner und Experte in diesem Spiel wie manche andere, deswegen ich werde jetzt hier vermutlich viel dazu lernen, Ja, was ja nicht schadet, ne, also vielleicht kennst du den einen oder anderen noch nicht, der möge dann gemeinsam mit mir herzlich eingeladen sein, hier ebenfalls was dazu zu lernen, vielleicht animiert es ihn auch jetzt im kommenden Weihnachts-Sales, sofern das Game nochmal im Angebot sein sollte, hier ebenfalls zuzuschlagen und Erfahrungen zu sammeln. Und diejenigen, die das Spiel schon kennen, die sind natürlich auch herzlich eingeladen, hier mit am Start zu sein und mir gegebenenfalls den einen oder anderen hilfreichen Kommentar zu schreiben, ich zähle da auf euch. Ja, und mehr muss ich glaube ich nicht mehr sagen, deswegen würde ich sagen, lasst uns anfangen hier im freien Spiel. Das hier ist der Startbildschirm, gehe jetzt erstmal auf Pause, einfach damit mir die Zeit nicht davonläuft, da oben sieht man auch die Zeit. In dieser schönen alten, ja, Analoguhr. Und, ähm, ja, das Ganze ist ein Indie-Titel, eine Gefängnis-Simulation, wir leiten hier quasi ein Gefängnis und dieses Gefängnis müssen wir zuerst natürlich erstmal aus dem Boden stampfen und bauen. Und, ähm, dafür haben wir ein paar lustige Helferlein, diese Arbeiter hier nämlich, die gerade mit diesem Truck kommen. Ähm, hier sind auch ein paar Mädels dabei, soviel zum Thema Frauenquote, wer jetzt hier der Kapo ist, das sehe ich leider nicht, aber ich glaube, das ist auch völlig unwichtig. Ähm, lasst uns lieber anfangen, unser Gefängnis zu planen. Da gibt es hier ein Planungstool, da kann man quasi mal so ein bisschen skizzieren, ohne dass man schon Geld vernichtet. Wie hier oben ist unser Bargeld, unser Kontostand 30.000 Dollar und hier drüben sieht man den täglichen Cashflow. Also aktuell würden wir 840 Dollar bekommen für nichts im Endeffekt. Wir haben so gut wie keine Kosten, wir haben ein paar Einnahmen, vermutlich irgendwie staatliche Subventionen oder sowas. Ähm, also momentan werden wir im Plus, aber ich meine, dafür haben wir nicht reich. Wir wollen ja ja schließlich Kohle verdienen, ne. Es geht uns ja in keinster Weise um die Resozialisierung von irgendwelchen Gefangenen. Nein, wir wollen die Kohle, ist ja logisch. Den schnöden Mammon. So, ähm, es gibt hier bereits zwei markierte Gebiete. Einmal hier den Lieferungsraum, also da kommen die ganzen Materialien, die extern eingekauft werden und werden hier abgelagert. Ja, abgeladen und zwischengelagert, so rum ist es, genau. Und hier gibt es den Müllbereich, der wird halt dann Müll abtransportiert, also gesammelt und abtransportiert. Ja, und ansonsten sehen wir hier gar nichts, außer einer kleinen Bewaldung und, ja, mehr haben wir nicht. Also, fangen wir an. Die Spielwiese, ich würde sagen, hier machen wir mal unseren Eingangsbereich. Und, ähm, da kommt eine große Gefängnistüre hin, das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und da werden die Herrschaften dann auch willkommen geheißen. Und, äh, ja, beim Hotel würde man sagen, man begrüßt die Gäste. Das ist soweit, würden wir wahrscheinlich an dieser Stelle nicht gehen, sondern wir werden sie halt, äh, ja, ne, entgegennehmen, übernehmen. Und von unserem Wachpersonal dann in die Zellen bringen lassen. Das bringt mich dann auch schon zur nächsten Station, ähm, wir werden vermutlich auch eine Übergangszelle brauchen. Das ist der Raum, äh, den man dem Gefangenen zu, oder den Gefangenen, den Neuankümmlingen zuweist, die noch kein, äh, wo noch kein Platz für Zellen da ist, ne, für reguläre Zellen. So, also, die werden hier dann quasi reinkommen und da wandern sie dann wieder raus. Also, ich male das jetzt einfach mal so ein bisschen für mich hin, dass ich so ein bisschen ein Gefühl bekomme, wie gesagt, man möge mir verzeihen, ich habe da einfach zu wenig Erfahrung noch in diesem Spiel. Dann, was brauchen wir noch? Äh, wir brauchen auf jeden Fall auch, äh, Wasser und Strom, ne, ist ja logisch. Weil ohne Wasser und Strom sind wir vermutlich ziemlich schnell am Ende. Okay, so, 1, 2, 3, 1, 2, 3, genau, okay, das reicht schon mal nicht, habe ich mich schon verplant. Der Generator, der Stromgenerator ist 3x3, das weiß ich. Und das Kraftwerk ist auch 3x3, also, äh, nichts Kraftwerk, sondern, äh, die Pumpstation, also, so würde es passen. Okay, das läuft auch, den machen wir aber mit einem externen Zugang. Also, da kommen die Jungs rein, dann würde ich sagen, dann geben wir das gleich mal hier per Fundament gemauert in Auftrag. So, das ist jetzt Gebäudefundament, warum baut er das nicht? Warum kann er das nicht? So, jetzt hat er, okay, er hat, ja, man hat ihn etwas überreden müssen. So, also, dann macht man hier. Dann können wir, denke ich, die Zeit auch weiterlaufen lassen. In der Zwischenzeit holen wir uns einmal ein paar Gefängnistüren, die wir ja brauchen. Ein Gefängnis ohne Türe ist relativ, naja, überflüssig. So, und dann machen wir die Personaltüre hin. Dann brauchen wir nochmal ein paar Wände, die wir zusätzlich ziehen, nämlich hier. Achso, das geht, als wenn das Fundament drin ist, oder? Ja, okay, dann beschleunigen wir die ganze Giste. Hier seht ihr jetzt auch, wie die Lieferungen kommen. Das ganze Baumaterial und unsere Handwerker machen sich da fleißig ans Arbeiten und wuseln. Und die Zeit hier oben, die tickt unbarmherzig runter. So, und man hört natürlich auch, es gibt eigentlich keine Hintergrundmucke hier. Das ist alles, ähm, ja, musikfrei, dieses Spiel. Man hört halt so ein bisschen die Baugeräusche, aber mehr ist es dann auch nicht. So, dann wollen wir hier jetzt die Zwischenwände ziehen. Dann wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen beschleunigen. So, und dann sind sie fertig, oder? Jawohl, das sieht gut aus. Warum liegt das Ding ja noch rum, die Lampe? Mach mal die weg hier, die will ich nicht. Danke, mach die mal weg. Und den Müll, den bleibt ja liegen, oder? Okay, der Müll bleibt liegen. Schön. Dann machen wir hier unseren Versorgungspart rein, also unseren Strom. Ach, jetzt holt ihr den Müll, schau an. Hat lang genug gebraucht. Also, wir brauchen unser Kraftwerk. Und da brauchen wir ein paar Kondensatoren dran. Ansonsten haben wir keinen Strom. Und dann brauchen wir noch eine Pumpstation für unsere Wasserversorgung. So, und jetzt dauert es wieder ein bisschen, bis sie den ganzen Blödsinn da installieren. Genau. Sehr schön, Generator steht. Und es werde Licht. Na? Sieht man sehr schön, hier drin ist jetzt Strom in diesem Zimmerchen. Ähm. Allerdings müssen wir hier unsere Pumpstation auch noch an das Stromnetz anschließen. Und ansonsten ist hier ziemlich schnell Äpfel mit Strom. Und die Pumpstation funktioniert nicht. Ist auch logisch, ne? So, also. Und es werde Licht. Wer hätte es gedacht? Ihr seht hier diese dicke Stromleitung. Ähm. Die Pumpstation muss man quasi direkt an die Stromleitung anschließen. Und diese kleinen Nebenleitungen, diese E-Arten, die ihr hier seht, die zweigen von der Hauptstromversorgung ab. Und die reichen zumindest aus, um, ähm, die Lampen, die hier, die Gebäudelampen, die hier drin sind, hier zu versorgen mit Strom. Ähm. Und es würde jetzt nicht ausreichen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie, ähm, einen Elektroherd hätte oder sowas, ne? Zum Kochen. Also da ist das zu wenig. Die muss ich direkt hier an, an den Hauptstrom anschließen. Aber das sind alles so Dinge, die erfahren wir noch. Hier sehen wir auch momentan die Auslastung von unserem Elektrizitätskraftwerk. Also momentan haben wir noch sehr wenig Verbraucher, aber das wird sich alles bald ändern. So, und jetzt geht es erst einmal darum hier, diesen Räumen, die ja da sind, aber die noch keine Funktion haben, eben jene zuzuweisen. Und zwar machen wir das über Räume, dass wir sagen, hier zum Beispiel haben wir eine Verwahrungszelle. Das ist der untere Raum. Diese Verwahrungszelle, da landen die, ja, Rekruten ist jetzt vielleicht eine etwas unglückliche Übersetzung. Man muss dazu sagen, dieses Spiel, ähm, war ursprünglich in Englisch und, ähm, ich meine mit, äh, 1.0 Version kam dann hier auch seitens des Entwicklers, seitens Introversion Software, genau, ähm, die deutsche Übersetzung hinzu. Die ist noch nicht so ganz wirklich toll, ähm, ja, also da wird uns der eine oder andere, äh, ja, Hund noch begegnen, nenne ich es jetzt mal. Ne, hier oben zum Beispiel sieht man es, Heftlingeinlieferungen, ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch, all available, ähm, ah, das ist ein guter Hinweis an dieser Stelle. Momentan würden acht Häftlinge geliefert werden und zwar in 16,5 Stunden, das wollen wir nicht, wir machen erst einmal zu. Wir wollen momentan keine Häftlinge haben, weil wo sollen wir sie denn hin tun? Wir können sie, wir können sie ja gar nicht einsperren, ne, deswegen, wir müssen jetzt erst einmal hier unser Gefängnis bauen, zumindest den ersten Teil unseres Gefängnisses. Also wir fangen mit der Verwahrungszelle an, da kommen die Neuankömmlinge, für die keine eigene Zelle frei ist und werden hier zwischengeparkt. So, die bekommen hier diesen Bereich zugewiesen. Und jetzt sehen wir die Raumanforderungen. Wir haben drei von fünf bereits erledigt und zwar einmal die Mindestgröße, die dieser Raum bedarf, ähm, 5x5, also 25 Quadratmeter, das haben wir, denke ich, mehr als erfüllt. Ähm, dieser Raum ist umschlossen von Wänden und Türen eingerahmt, er liegt im Innenbereich und was noch fehlt, ist eine Toilette und eine Bank. Ja, das kann ich verstehen, dass das vielleicht doch ein bisschen wichtig ist, sowas zu haben in einer Verwahrzelle, weil, äh, ich denke, alles andere wäre ziemlich, äh, unhygienisch. So, und dann werden wir zwei Toiletten bauen und, ja, dann gibt es noch zwei Duschen, ne, wer weiß, wie lange die da drin sind und zwei mal hier diese, diese Abflüsse. Und dann werden wir noch ein Bänkchen reinbauen. So, dann können die sich auch hinsetzen, so, und noch eine zweite hinbauen. Dann bauen wir noch eine zweite hin und dann kriegen sie noch eine Handelbank, da können sie dann noch von mir aus trainieren. Wenn Ihnen langweilig ist, ne, dann kriegen sie noch zwei Handelbänke und eine Glotze kriegen sie auch noch. Und dann ist aber gut, so, mehr gibt es nicht, ne, ich muss ja schließlich sparen. Ich habe schließlich schon mordsmäßig Kohle rausgeballert. So, ähm, jetzt wird der ganze Blödsinn hier natürlich erst einmal installiert von unseren tapferen Handwerkern, die auch das Zeug dann gleich bringen. Also, ihr seht, das geht relativ schnell. Und was jetzt passiert, man sieht hier beim Duschkopf und jetzt auch bei den Toiletten ein Wassersymbol. Diese müssen natürlich, diese Sanitären müssen natürlich auch mit Wasser versorgt werden. Ähm, das, äh, dafür haben wir diese Pumpstation gebaut. Das geht natürlich dann auch in den Bereich der Versorgung. Und, ähm, ja, hierfür gibt es ein Rohrsystem, große Rohre, kleine Rohre. Die großen Rohre sind quasi die Hauptrohre. Und, ähm, von diesen kann man dann kleine Rohre quasi, ähm, an den Start bringen. Halt, nee, stopp, was mache ich denn? So, machen wir das. Ähm, warum benutze ich hier kleine Rohre? Und nicht die großen? Ja, durch große Rohre können die Kollegen abhauen. Und, ähm, sieht man hier zum Beispiel auch in der Beschreibung. Verteilt unter hohem Druck viel Wasser in ihrem Gefängnis. Wahrscheinlich sogar groß genug, damit jemand durch 500 Meter Fäkalien und Gestank in die Freiheit kriechen kann. Bei diesem Text habe ich lachen müssen, weil, ähm, das ist eine Anspielung auf einen ganz bekannten Film. Mit, äh, Morgan Freeman und Tim Robbins, hieß er, glaube ich. Die Verurteilten. Falls ihr diesen Film nicht kennt, die Verurteilten. Absolut, ja, das, das ist ein Must-Have, liebe Freunde. Diesen Film muss man gesehen haben. Ich will jetzt nicht spoilern. Für all diejenigen, die den nicht kennen, schaut euch diesen Film an. Die Verurteilten mit Morgan Freeman und Tim Robbins. Also, sensationeller Film. Und, äh, wenn ihr den gesehen habt, dann versteht ihr auch, warum ich hier diesen, diesen Text so lustig fand. Also, ne, ich, ich, ich sage nichts weiter, bloß als Empfehlung, gebt euch diesen Film. Ganz, ganz großes Kino, aber echt. So, also, soviel zur Erklärung mit diesem Rohrsystem. Der wird jetzt natürlich, wird das erst einmal hingeklascht von unseren Kollegen. Mit der entsprechenden akustischen Untermalung. Genau, sehr fleißig sind sie. Und dann verschwindet auch hier diese Anzeige. Genau, so, hier sollten wir vielleicht nochmal spülen, oder? Ach, ne, das ist die Lampe, deswegen sieht das gerade so unglücklich aus, als ob die hier, der Urinstein in der Schlüssel hängt. Aber, ne, das ist nur die Lampe, also dann bin ich ja beruhigt. So, was fehlt hier jetzt noch? Wir haben hier immer noch ein Wahn-Dreieck. Diese Zelle hat keinen Kantinenzugang. Also, sprich auf Deutsch, die Häftlinge, die hier drin sind, haben nichts zu snacken. Und das ist natürlich schlecht. Also, heißt, wir brauchen hier auch eine Kantine. Schauen wir in den Räumen mal kurz nach. Kantine, Kantine hier. Genau, da werden die Häftlinge dann quasi ihren Nachmittagstee einnehmen. So steht es zumindest hier. Im Endeffekt ist es völlig egal, wann die essen. Hauptsache, sie kriegen was zwischen die Kiemen. Ist ja klar, ein hungriger Gefangener ist mit Sicherheit wesentlich unentspannter, als ein Gefangener, der gut gesättigt und genährt ist. So. Was ist denn das hier eigentlich? Anu? Was ist denn das? Aha. Äh. Äh. Okay. Ist das jetzt ein Easter Egg, oder? Keine. Also, ich bin gerade sehr überrascht. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Okay. Haha. Ein Extra, oder was? Eine Spielbibel. Ach herje. Was ist denn das? Das ist ja witzig. Also, ist wahrscheinlich auch irgendwas mit Achievements oder sowas. Ja, das ist ja lustig. Okay, das ist mir jetzt noch nie begegnet. Ähm. Es liegen ab und zu so Polaroid-Fotos rum. Das sind auch so lustige Dinge, die man halt einsammeln kann. Aber das war jetzt für mich neu. Deswegen war ich jetzt auch gerade im Moment sprachlos. Was ist das hier? Ne, das ist nur ein Stapelrohre. Okay. Ne, die brauchen wir ja nicht. So. Also, zurück zur Kantine. Wir brauchen da Innenbereich Serviertisch, Tisch und Bank. Ähm. Ja. Okay. Dann brauchen wir wieder unser Planungstool. So. Dann wollen wir das, was wir geplant haben, gleich mal entfernen. Kantine, würde ich sagen, die machen wir nicht allzu weit entfernt davon. Ähm. Könnte man ja auch relativ zentral legen. So eine Kantine. So. Ja, oder wobei, die ist schon klein, ne? Man kann ja auch Platz haben zum Essen, ne? So, wenn die da reinkommen. Zwei Eingänge. Machen wir hier ein bisschen, können sie sich hinsetzen, beziehungsweise Moment. So eine Bank ist doch tief, ne? Und dann kommen wir sie hier rein. Und dann haben wir noch eine Estheke auf. Und so. Ja, ich glaube, so machen wir das. So. Bauen wir noch kurz ein Gemäuer hin. Dann gibt es noch zwei Türen. Dann nehmen wir einfach diese normalen Türen. Genau, die Türen sollte ich vielleicht auch noch erklären. Also, es gibt unterschiedliche Türen. Ähm. Dann haben wir hier die normalen Türen. Die kriegt jeder auf. Dann gibt es die Personaltüren. Ähm. Dafür benötigt man Personalschlüssel. Also hier zum Beispiel die Kollegen. Ähm. Die haben Personalschlüssel. Oder nicht zumindest, dass die Personalschlüssel haben. Also normalerweise, wenn man drüber fährt, wird es angezeigt. Ähm. Okay, ist jetzt wahrscheinlich der Vorführeffekt. Vielleicht muss das Gefängnis dann erst laufen, dass es angezeigt wird. Also, man braucht auf jeden Fall Personalschlüssel. Wenn ich jetzt mal zwei... Ne, brauche ich jetzt mal normale Türen. Brauche ich auch keine Personaltüren hier. Da kommen ja die Gefangenen rein und so. Ähm. Dann gibt es Gefängnistüren. Da braucht man Gefängnisschlüssel. Das haben zum Beispiel nur die Wärter, soweit ich weiß. Und dann gibt es eben die großen Gefängnistüren. Da gehen halt mehr Leute gleichzeitig durch. Und da braucht man auch diese Gefängnisschlüssel. Und dann gibt es diese Einzelhafttüren. Also für die bösen Gefangenen, die ganz böse waren, die sich irgendwas zu Schulden haben kommen lassen. Und, äh, auch die gehen nur mit einem Gefängnistürschlüssel. So. Jetzt, hier sieht man, dass der Arbeiter trägt Personalschlüssel. Jetzt wird es angezeigt. Okay. Prima. So, jetzt macht er mal hin hier. Verstehst? Mal ein bisschen Gas geben. Die müssen jetzt natürlich erst einmal die Bäumsche hier wegmachen. Das ist auch logisch. Dauert jetzt ein bisschen. Ich könnte jetzt weitere, ähm, Kollegen einstellen. Möchte ich aber nicht. Ich nutze die Gelegenheit und baue in der Zwischenzeit mal so ein bisschen Verwaltung. Ähm, weil wir brauchen ja schließlich auch Büros und so, ne? Wo wir dann unseren Gefängnisdirektor platzieren können. So. Stop. Äh, eins, zwei, drei, vier. Genau. Ein Büro muss vier mal vier sein. Also mindestens, ne? Mindestens vier mal vier. Und ich glaube, zwei Büros am Anfang reichen erst mal. Hoffe ich jetzt mal. Also, wahrscheinlich werden wir noch mehr brauchen. Aber, ich meine, wenn wir mal zwei haben, dann ist das, denke ich, erst einmal ausreichend. Oh, pass auf. Hier wieder einmal mauern, bitte. Dann gibt's hier die Personaltüren brauchen wir dann allerdings hier. Weil da soll ja nicht jeder Trottel reinkommen. Also finde ich zumindest, dass, äh, da ein Gefangener nichts zu suchen hat in unseren Büros. So, und hier haben wir wieder keinen Strom, ne? Muss man also wieder aufpassen. Stromkabel verlegen. So, und diese Bäumchen da, die regen mich gerade ein bisschen auf. Ach ja, ähm, wir könnten auch noch einen Exportbereich festlegen. Da wird nämlich dann das ganze Holz und so zwischengelagert von den Bäumen, die wir jetzt zum Beispiel, ähm, gefällt haben. So ist denn hier der Exportbereich. Export, Export. Mein Gott, manchmal ist man wirklich blind, gell? Hier, mei, mei, mei. Muss bloß die Augen aufmachen. So, da wird dann das Holz zwischengelagert und wird dann verkauft und abgeholt. Und, äh, so kommt auch wieder ein bisschen Kohle rein. Ich meine, wir haben jetzt nur noch, nur noch knapp 11.000 Dollar. Das ist nicht viel, Freunde. Das ist wirklich nicht viel. Wasser brauchen wir hier in der Kantine erstmal nicht. Aber wir brauchen Licht, das reimt sich. So, geben wir mal Gas hier, komm. Wir brauchen hier ein bisschen Strom, das wäre ganz nett. Ja, die tapferen Leute sind müde, so wie es aussieht, wa? Ah ja, apropos müde, wir brauchen natürlich auch noch einen Personalraum, wo sich die Herrschaften dann auch erholen können, ne? Weil wer hart und viel arbeitet, soll sich natürlich auch erholen. Bin ich ja der Letzte, der irgendwie die Leute, ähm, ja, ausbeuten möchte. Sowas tue ich nur in Democracy, aber nicht hier, auf keinen Fall. So, und jetzt wird dann hier der Strom reingelegt und jetzt sehen wir dann auch gleich diesen Effekt, wie sich diese ganzen kleinen Adern ergeben. Genau, also hier, ihr seht einmal diese kleinen Stromadern, die füllen jetzt diesen ganzen Raum aus. Und schon sind die Lampen an, ne? Perfekt, also unsere nicht eingerichtete Kantine hat jetzt zumindest schon mal Lampen. Das ist prima, habe ich hier nicht auch irgendwie eine Tür beauftragt? Ich glaube schon, gell? Ich habe ja doch gesagt, wir sollen hier noch eine Tür hinbauen. So, und auch hier machen wir mal die Planungsumrisse weg und jetzt richten wir die Kiste ein. So, wir brauchen Tische. Bank, Tisch, Bank, Bank, Tisch, Bank, Bank, Tisch, Bank, Bank, Tisch, Bank, Bank. Lasse ich mal noch offen. Also jetzt kommen die Banken, die Sitzbanken, soll ich dazu sagen, ne? Sehr schön. Also dann haben wir hier einen Tisch mit zwei Sitzbänken und Sitzbänke natürlich, die richtige Plural, mein Gott. Zwei, drei, vier Tische. Und dann auf eine Bank können, glaube ich, vier Leute hin, ne? Also haben wir erst einmal ein bisschen Platz, das ist okay. Dann brauchen wir noch für unsere Kantine, ähm... Na, was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Diese komischen Serviertische, ne? Altschmann! Ich sollte vielleicht hier erst einmal den Raum zuweisen, dann wird es mir nämlich angezeigt. Genau, das ist die Kantine, so. Wenn ich jetzt auf Objekte gehe, dann seht ihr hier diese weiße Umrandung. Also wenn ich quasi direkt hier diesen Raum zentriere, den ich einrichten möchte, dann macht er mir hier automatisch schon mal Vorschläge. Das finde ich sehr gelungen. Dann finde ich das eher. So hier, Serviertisch zum Beispiel. Stellen wir einfach mal hier einen hin. Und da unten stellen wir einen hin. So. Den Mülleimer spendieren wir auch noch. Weil das einfach sehr angenehm ist. Den Mülleimer zu haben. So, wo ist jetzt das hier? Das hier ist vorne, oder? Ja, genau. So, zwei Mülleimer. Dann wird es nicht allzu dreckig. Und sollten die Herrschaften jetzt diesen Raum auch noch schnell einrichten, bitte. Danke. Na, jetzt komm, jetzt gib doch mal ein bisschen Gas. Jawohl, Serviertisch ist am Start. So, und jetzt jammern sie. Ja, wir haben keine Küche. Ist klar, was bringt mir eine Kantine, wenn ich keine Küche habe? Das ist irgendwie total blöd. Ähm, nachvollziehbar. Hier oben wollten wir noch unsere Büros machen. Können wir auch noch schnell machen. So, Büro, Büro. Weißen wir mal zwei Büros aus. Da braucht man einen Stuhl. Das weiß ich schon. Und einen Büroschreibtisch braucht man da auch. Und einen Aktenschrank. Was wäre ein Büro ohne Aktenschrank? Stichwort papierloses Büro. Nee, nicht mit uns. Das geht ja gar nicht. Papierloses Büro. Wo kommen wir denn da hin, hier? Alter Falter. Nee, nee. So ein Blödsinn fangen wir nicht an. Papierloses Büro, klar. Ist nicht. So. Und sollten die Herrschaften das jetzt mal schnell einrichten. Genau, jetzt fehlt hier nur noch der Aktenschrank. Und dann werden wir als letzte Amtshandlung für heute hier auch schon unseren Direktor einstellen. So. Schwupp. Hier hat sich jetzt die Büroanschrift verändert. Jetzt heißt hier Büro vom Direktor. Das ist der lustige Herr hier. Und diesen Direktor, den brauchen wir, weil mit dem können wir auf unseren Forschungsbaum zugreifen. Mit dem können wir zum Beispiel die Finanzen freischalten. Da können wir dann eine Buchhalterin einstellen. Und mit dieser Buchhalterin, also ihr seht auch hier, das dauert eine gewisse Zeit. In Progress heißt es hier. So viel zum Thema wie der deutsche Übersetzung. Aber gut. In dieser Buchhalterin können wir dann diesen Baum weiter freischalten. Wir können Kredite machen. Wir können hier uns bemühen, dass wir Steuererleichterungen bekommen. Extra Zuschüsse und so weiter. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Weil das wollen wir nicht mehr heute machen. So hier ist noch ein Polaroid. Sehr schön. Also hier der Worden. Der Chef, der Direktor, der Gefängnisdirektor. Das sind ja eigentlich wir. Eigentlich. Aber na gut. Also stellt euch einfach mal vor, das ist unser Büro. Wir sind ein bisschen rundlicher um die Teile. Und haben eine rote Krawatte. Und sind fleißig am Forschen. Und nachdem Forschen ja auch eine gewisse Zeit lang dauert. Würde ich sagen, beenden wir den heutigen Part an dieser Stelle. Ich sage immer vielen Dank für das Dabeisein. Ich freue mich auf Tipps und Tricks in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja. Das war es an dieser Stelle von mir für heute. Bis dahin. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit. Macht es gut. Und Servus.